Hi, mein Name ist Lars und ich bin Scrum Master und Agile Coach bei den Agile Heroes. Und ich möchte euch heute in die Welt der Scrum Mythen einführen. Das heißt, ich habe mal ein paar Mythen in Scrum rausgesucht, die euch dabei helfen sollen, ein Verständnis darüber zu schaffen, was ist denn die Scrum Theorie, was ist die Praxis und was ist denn auch vielleicht gar nicht so gewollt, was solltet ihr nicht in Projekten machen. Dementsprechend gehen wir Schritt für Schritt die einzelnen Mythen durch. Ich erzähle euch, wie ihr das in der Praxis machen könnt, was die Theorie ist und was ihr auf jeden Fall vermeiden solltet. Also, viel Spaß beim Video. Schauen wir uns mal ausgewählte Scrum Mythen an und ich verliere dann natürlich über die einzelnen Mythen ein, zwei Wörter. Mythos Nummer 1. Nur der Product Owner interagiert mit den Stakeholdern. Hier ist es natürlich so, dass der Product Owner die Hauptperson ist, die mit Stakeholdern interagiert. Aber es ist natürlich auch so, dass auch die Developers, also es wird ja häufig gesagt, ja die Developers sollen gar keinen Kontakt mit Stakeholdern haben. Das stimmt nicht. Also es ist auch wichtig, dass die Developer in die Prozesse mit involviert werden. Entscheidungen und Developer sind ja die größten Experten, die wir haben. Warum sollten wir ihr Wissen nicht nutzen in Abstimmung mit Stakeholdern? Es sollte natürlich nicht einen großen Einfluss auf die Development Work haben und dementsprechend nicht 80% der Zeit einnehmen. Aber es ist wichtig, dass auch alle im Scrum Projekt involviert werden und dementsprechend auch mit den Stakeholdern interagieren. Dennoch, der Product Owner so ein bisschen als Gatekeeper interagiert und auch entscheidet kann, okay, ist es sinnvoll, jetzt hier die Developers zum Beispiel mit reinholen oder nicht. Scrum Master interagiert ja so oder so mit Stakeholdern auf der Scrum, eben auf der methodischen. Mythos Nummer 2. Scrum Teams müssen ein Scrum Board nutzen, um ihre Arbeit transparent zu machen. Ihr kennt die Scrum Boards in Jira, analog und alles super sinnvoll. Solltet ihr auch in euren Projekten machen. Es ist aber keine Pflicht in Scrum, das Ganze zu nutzen. Ist ein kleiner Mythos. Mythos Nummer 3. Die Arbeit in Scrum wird in Story Points geschätzt. Auch das ist wieder was, was in der Praxis fast überall angewöhnt wird in agilen Projekten. Aber es ist keine Pflicht in Scrum. Ihr könnt in Scrum schätzen, wie ihr wollt. Ihr könnt mit Tagen schätzen, ihr könnt mit T-Shirt-Size setzen, ihr könnt mit Story Points schätzen oder ihr könnt Schätzungen auch ganz lassen lassen. Es gibt Ansätze, wo Projektteams gar nicht mehr schätzen, weil sie sagen, okay, wir probieren die Tickets nach gewissen, so klein wie möglich zu schneiden. Und dementsprechend, wenn mal ein Ticket größer oder kleiner ist, macht das für uns keinen Unterschied. Das ist immer von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Um eine gewisse Planungssicherheit zu bekommen, arbeiten dann doch viele mit Schätzungen. Story Points ist das, was sich herauskristallisiert hat. Ich bin auch ein sehr großer Fan von Story Points. Würde auch sagen, dass es sehr großen Sinn macht, weil man einfach mit einer anderen Sichtweise auf die Schätzung der Aufgaben geht, sondern eher die Komplexität, nicht die kleinteiligen Aufgaben, die wir haben. Es wird mehr berücksichtigt, dass wir unterschiedliche Expertisen haben, die Unsicherheiten, die Risiken, die haben, die hier mit einbezogen werden. Aber es ist keine Pflicht. Mythos Nummer 4. Der Scrum Master muss beim Daily Scrum anwesend sein. Das ist eins meiner Lieblingsthemen, die ich immer in Projekten oder die wir auch bei uns im Team haben. Hatten wir schon große Diskussionen drüber. Fakt ist, der Scrum Master muss im Daily Scrum nicht dabei sein. Das ist das Event der Entwickler. Aber wie sieht es in der Praxis aus? In der Praxis irgendwie gefühlt in jedem Projekt ist es so, dass die einzelnen Scrum Master immer im Daily Scrum mit dabei sind. Den Screensharen, ihr kennt es in Jira, den Screensharen. Das ist dementsprechend nicht so. Es ist das selbstorganisierte Event des Teams. Und da braucht man niemanden, der einfach nur dafür da ist, die Jira-Tickets hin und her schieben. Das ist unsinnige auch Zeitverschwendung von Scrum Master. Klar, es kann immer zu Impediments kommen. Also es ist auch mal sinnvoll, dass vielleicht man Scrum Master mit drin ist oder auch immer mal wieder reinkommt, um das Team dann auch zu schauen, ob das noch Coaching bedarf. Auch insbesondere am Anfang ist es vielleicht okay, weil man da vielleicht noch mehr Coaching und dem Team mehr vermitteln will. Ja, wo geht die Reise denn auch überhaupt hin? Dennoch ist es keine Pflicht. Im Endeffekt müssen nur sie da sein. Auch der Product Owner ist keine Pflicht im Daily Scrum. Es gibt Themen, da ist es sinnvoll, dass der Product Owner auch manchmal mit ins Daily kommt. Im Endeffekt ist das Team selbst verantwortlich dafür und haben dann auch die Möglichkeit, das so zu gestalten, wie sie es wollen. Mythos Nummer 5. Product Backlog Items werden in Form von User Stories erfasst. Das ist falsch. Natürlich, in der Praxis ist es so, dass in jedem Projekt eigentlich mit User Stories gearbeitet wird. Und es ist auch ein sehr guter Weg, weil man sich ja in die Person hineinversetzen kann, die eine Anforderung sich wünscht. Und es hat ja immer einen unterschiedlichen Einfluss, wer sich etwas wünscht und dementsprechend auch Verständnis dafür hat, was der User auch haben möchte. Es ist aber so, dass Backlog Items Backlog Items sind und Backlog Items User Stories sind. Es kann verschiedene Arten von Backlog Items gehen, also auch ein Bug oder ähnliches. Das würde ja dann ausschließen. Ein Bug in der User Story zu schreiben, ist in einer gewissen Weise ein bisschen schwieriger dann, weil wir dann nicht mal wissen, wo kommt das Ganze her, sondern wir kennen nur das Problem. Dann können wir sagen, gut, wir wollen das Problem gelöst haben oder ähnliches. Das ist aber ja auch nicht Kern einer User Story. Dementsprechend könnt ihr euer Backlog Item so definieren, wie ihr wollt. Im Endeffekt geht es darum, das Sprintziel zu erreichen. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss man arbeiten und dann eventuell nicht noch ready oder auch, wie wir unsere Backlog Items definieren, überarbeiten. Das waren die Scrum-Mythen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Einblick gegeben in die Welt der Scrum-Mythen, dass ihr die Möglichkeit habt, auch hier dementsprechend für euch einiges in eurem Projekt mitzunehmen. Euer Lars von den Edger hier. Yoer Lars von den Edger hier. Yaaay. Bis zum nächsten Mal.